Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sims 3. Ähm, ja, wir haben ein bisschen das Spiel vergeigt, weil wir verpennt haben. Passiert mal. Ähm, ja. Warum bist du okay? Hast du einen schönen Tag? Schön. Ähm, ja. Dann, ähm, du arbeitest. Du wirst befördert werden. Ich glaub, das sieht halt nicht so gut aus. Nee. Hier, duschen, wenn du daheim bist. Dann kannst du malen. Hier, fortfahren. Ja, dann triffst du bestimmt einen Vampir. Ja. Schön. Was machst du so? Du musst doch arbeiten, oder? Die geht doch jetzt bestimmt nicht arbeiten, weil ihr scheiß Kind Geburtstag habt. Musst in die Arbeit, das ist dringend. Hier, keine Ahnung, im Lebensjob nachgehen. Und viel Spaß. Ja, Stefan hat ja dein wunderschönes Bett sogar noch. Ja, komm, verabreden wir uns mit der. Oh, sie wurde aufgehalten, wie doof. Haben wir hier noch irgendwelche Single-Frauen, die wir noch nicht hatten? Hier, die hatten wir noch nicht, oder? Oder war das die... Doch, ich glaub, das war die Holly, oder? Ja. Ja. Die hatten wir dann scheinbar schon. Ähm. Das ist, glaub ich, seine Tochter. Ähm. Ja. Sind hier keine Single-Sin-Anne? Okay, Luna, wir haben die Polizei nach Hause gebracht. Was machst du? Draußen warten. Also, Luna, was fällt dir eigentlich ein? Jungs, ey, komm, wir gehen mal zu der Familie. Vielleicht ist die nicht ganz so pissig auf uns. Das Sport-Legende, ich glaub, der hat das Höchste erreicht, oder? Ja, 10. Locker ist Michael einfach sein Sohn, oder so. Das Jolande. Die ist ein bisschen dick geworden. Komm, begrüß sie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob überhaupt, ob das die Ex-Praktische ist. Nein, das ist sie nicht. Ähm, versuchen wir uns da über Reichtum reden. Okay. Ja, wir freuen uns mit ihr an. Das dauert nicht lang. Also, das erste Mal, hey, bist du eigentlich Single? Das ist wichtig, eigentlich nicht, aber... Dann werfen wir einen Kuss zu. Sternzeichen. Das wäre ein ganz normaler Prozess. Oh, sie ist echt Single. 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 Wie einfach der sofort alles über sich herausfindet. Und widersteh dich. Das ist gut. Erster Kuss. Die macht das voll mit. Ist das nicht die Bella, mit der wir was... Scheiße. Hoffentlich wacht die jetzt nicht auf. Ich glaube, mit der verstehen wir uns sogar noch. Ich habe mich schon gefragt, wo die Kinder herkommen. Ich glaube, die Bella, mit der verstehen wir uns wirklich. Schauen wir mal. Das ist eine andere. Das ist Bella. Hey, wo gehst du hin? Ich habe es doch gerade voll gut mit dir rumgeknutscht. Auf hinaus zu gehen. Nee, Bella ist unsere Ex. Die machen sofort wieder auf. Keine Sorge. Hast du was zum Essen vielleicht dabei? Nein. Ich glaube, die haben einen Garten, wo man sich was klauen kann. Ja, die haben einen Garten, wo man sich was klauen kann. Hier, Zwiebeln sind vielleicht nicht so geil, aber die haben bestimmt noch was anderes. Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln hier ernten. Hier ernt dir eine Kartoffel, dann hast du was zum Essen. Hast du viel Hunger? Bäh. So. Wahrscheinlich ist sie genau jetzt sauer. Nach einer halben Stunde Schlaf, mach wieder auf. Erstmal so die Hand geben. So schön, dass du wieder da bist. Flirten. Kurketterwitz. Überschwänglicher Kuss. Naja. Umarmen. Unvergesslich massieren. Ja, Händchen halt, bekomme ich einfach. Aber wenn es ihre Schwester oder ihre Mutter halt ist. Das ist halt echt bescheuert. Wir müssen mal schauen, ob es die Mutter ist. Das wäre echt dämlich. Ähm, wer hat noch irgendwelche Kinder mit der, irgendwelchen Jungs, äh, hier. So. Ja, das ist tatsächlich die Mutter. Wie schön. Wie schön. Ah, sie ist ja ein Vampir. Dann flirten. Kuckett, da wird's ins Ohr flüstern. Alter, das ist richtig, ich hab einfach, boah, ich hab vor allem Kinder halt mit der. Also das ist halt schon sehr abartig eigentlich. Ich fühl mich, weil, hilf mir doch dieser, da gab's doch auch mal so eine Folge, da wo so irgendwie so ein Typ die Tochter und die Mutter geknallt hat. Und dann die Tochter tatsächlich schwanger war von ihnen und ich glaub die Mutter auch. Es erinnert mich so sehr daran. Nein. Komm jetzt, da muss jetzt schon ein bisschen mehr laufen, langsam. Wir brauchen ein bisschen Nachwuchs. Was geht er dann da und ab, bis wir Geld bekommen? Okay, sie ist schwanger. Dann können wir jetzt nach Hause gehen und uns erfuhlen. Hä, du musst doch nur bis drei arbeiten, warum arbeitest du noch? So, kannst du auch nach Hause gehen? Seid ihr alle schon in der Schule? Nein, du bist nicht in der Schule. Alter. Dir fallt alle noch durch, wenn ihr nicht in die Schule geht. Du bist auch nicht in der Schule? Was soll denn das? Hörst du auf, duschen zu gehen und Eiscreme zu essen? Du gehst jetzt in die Schule. Also wirklich. Ja, dann arbeite halt da. Meine Frisse. Du wartest ein Fischfanger, ich glaube, du musst schon wieder arbeiten. Hier, Toilette, duschen, schlafen. Ähm, ja, voll happy, weil er gerade eine flachgelegt hat. Also wirklich. Diese Familie macht mich fertig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von die Sims 3 wieder. Bis dahin. Tschüss.